Hallo ihr Lieben, hier ist Armin Staudt mit einem Photoshop Tutorial. Wir sind immer noch bei unseren Voreinstellungen. Jetzt sind wir schon bei Kategorie 6, aber wir haben immer noch nicht die Hälfte. Und das heute ist ein echter Klopper. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Weil guck mal hier, hier gibt es nämlich noch die Camera Raw Einstellungen. Wir haben jetzt nicht nur Photoshop Einstellungen, jetzt haben wir auch noch Einstellungen von einem externen Programm, was mit Photoshop zusammenarbeitet. Ich weiß gar nicht, wie detailliert ich da jetzt drauf eingehen soll. Jetzt ist das ja wahrscheinlich genau das Thema, auf das ihr gewartet habt. Und jetzt muss ich mal mein Gewissen befragen, wie wir damit umgehen. Das kann jetzt also gut sein, dass es jetzt ein längeres Tutorial wird. Also, Bildvorschau speichere ich immer mit ab. Weil wenn ihr Glück habt, dann ist einfach die Bildvorschau mit eingebettet in eurem Bild. Wenn ihr auf dem Finder oder im Explorer seid, könnt ihr die eventuell schneller sehen. Wenn ich allerdings einen Tiff bei mir anklicke und eine Vorschau sehen will auf dem Finder, kann ich da manchmal 5 Minuten warten. Das ist also eigentlich sinnlos. Trotzdem bette ich die immer mit ein. Speichern unter im ursprünglichen Ordner ist natürlich eine praktische Sache, weil Photoshop guckt einfach, wo das Original liegt und bietet euch dann bei Speichern unter an, das auch dort abzuspeichern. Das finde ich also praktischer, als jetzt quasi von der obersten Systemebene sich irgendwo wieder so einen Pfad zu suchen. Eine Miniatur mit abzuspeichern ist ja wahrscheinlich auch nicht dumm, weil man dann auf dem Schreibtisch einfach besser beurteilen kann, worum es hier geht und der muss das dann auch schon wieder rechnen alles. Im Hintergrund speichern, auch eine wichtige Sache. Wenn das angeklickt ist und ihr ein Dokument speichert, dann könnt ihr weiterarbeiten. Also, im Prinzip könnt ihr weiterarbeiten. Dann seht ihr hier unten, dort wo jetzt hier Effizienz steht, seht ihr einen blauen Balken mit einer Prozentzahl und seht halt, inwieweit euer Dokument schon abgespeichert wurde. Trotzdem könnt ihr weiterarbeiten und das dann vielleicht nochmal abspeichern. Dann, Dateinamenserweiterung hängt man natürlich immer mit an und ich mache es halt auch immer in kleinen Buchstaben. Ihr könnt auch hier immer auch wählen, ob ihr das beim Speichern auswählen wollt. Ich meine, das macht dann die ganze Sache noch komplizierter. Was soll das? Dann automatisch speichern von Wiederherstellungsinformationen ist eine ganz wichtige Sache und ich habe das immer an. Ihr könnt das natürlich auf eine kürzere Zeit stellen. Fünf Minuten ist das kürzeste. Allerdings verlangsamt das Photoshop schon manchmal irgendwie. Also manchmal merkt man das und manchmal kriegt man das gar nicht mit. Allerdings hat mir das schon oft das Leben gerettet, dass mir tatsächlich Photoshop abgestürzt ist, ich aber schon länger als zehn Minuten gearbeitet habe und dann zumindest zu irgendwelchen gewissen Arbeitsschritten zurückgekommen bin. Also wenn euch Photoshop abstürzt und ihr das neu öffnet und so eine Information abgespeichert wurde in irgendeinem geheimen Ordner auf eurem System, dann bekommt ihr automatisch geöffnet das letzte Bild mit dieser Wiederherstellungsinformation und in Klammern steht dann im Namen drin Wiederhergestellt. Okay, und dann könnt ihr mit diesem Ding weiterarbeiten oder das halt neu abspeichern. Diese Camera Raw Voreinstellung lasse ich jetzt erstmal aus. Ich mache jetzt erstmal den Rest hier und dann gehen wir ganz zum Schluss darauf ein. So, bei unterstützten Raw Dateien Präferenz für Adobe Camera Raw. Das bedeutet, dass alle Raw Formate, die Camera Raw kennt, werden dann mit dem Camera Raw Filter bearbeitet und nicht mit der Original Software, also von Canon oder sonst irgendwas. Ja, wenn ihr das anstellt. Adobe Camera Raw zur Umwandlung von Dokumenten von 32 Bit in 16 oder 8 Bit verwenden. Das ist zum Beispiel eine witzige Geschichte, weil das aller, aller, allererste Videotutorial, was ich auf YouTube veröffentlicht habe, das bezieht sich auf dieses Thema. Dort habe ich nämlich gezeigt, wie man natürliche HDRs erzeugt. Ja, und wenn ihr das machen wollt mit dem Camera Raw Filter, das heißt, dass ihr in einem bestimmten Arbeitsschritt dieses Prozesses dann den Camera Raw Filter geöffnet bekommt, nämlich, wenn ihr diese Bit-Zahlen hier umrechnen wollt, weil Photoshop kann 32 Bit nicht verarbeiten im Prinzip. Das braucht dazu extra Filter. Also man kann da mit nichts anfangen ansonsten, ja. Dann wird dazu der Camera Raw Filter verwendet. Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Dann, das ist klar, dass das hier aussieht, Exif Profilerkennung ignorieren, ja, oder Drehungsdaten ignorieren. Warum sollte man das machen, ja? Unsere FX, die zeichnen halt bestimmte Daten auf, auch wie wir die Kamera gehalten haben. Und ich möchte das natürlich in der richtigen Ausrichtung sehen. Warum es diese Einstellung gibt, ist mir nicht ganz klar. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, wenn es dafür eine nützliche Anwendung gibt. Dann, vor dem Speichern von TIF-Dateien mit Ebenen fragen. Also der fragt mich dann immer, ob ich diese Ebenen erhalten möchte. Ja, und ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr so einen TIF-Dialog seht, dass es da einige Dinge gibt, die ich ankreuzen kann oder verändern kann. Also wie zum Beispiel die Komprimierung oder irgendwelche Pyramiden und ich weiß nicht was alles, ja. Und ihr kriegt auf jeden Fall einen Dialog. Das finde ich irgendwie ganz praktisch. Also nicht, dass ihr das hier ausstellt und dann irgendwie hier 100 Ebenen habt, das als TIF abspeichert und dann macht ihr das auf und dann habt ihr nur noch eine Ebene. Dann ist es nämlich zusammengerechnet worden. Das heißt, das hier ist eine wichtige Einstellung. Dann Komprimierung von PSD- und PSB-Dateien. PSB-Dateien, das sind Dateien, die größer als 2 GB sind, glaube ich. 2 GB, oder? Weil PSD kann nur 2 GB bis 2 GB und PSB kann dann, was weiß ich, bis 4 GB. Während TIF können, glaube ich, standardmäßig bis 4 GB. Ihr könnt mich da gerne korrigieren. Bitte auch wieder in die Kommentare, ja. Dass man diese Komprimierung deaktiviert, warum man das jetzt machen sollte, die ist nämlich nicht schädlich oder so. Wie sagt man nochmal? Die ist nicht destruktiv oder so, ja, diese Komprimierung. So viel ich weiß. Das heißt, man sollte die eigentlich anlassen, ja. Da ich aber eh nicht mit PSD-Dateien arbeite, sondern ausschließlich mit TIF, spielt das für mich persönlich jetzt keine Rolle. Kompatibilität von PSD- und PSB-Dateien maximieren immer. Das bedeutet, dass die PSD-Dateien so abgespeichert werden, dass man sie eventuell auch noch mit älteren Photoshop-Versionen öffnen kann. Das ist vielleicht wichtig, wenn ihr mit Leuten zusammenarbeitet, die vielleicht mehrere Visionen zurück sind oder so. Das müsste man dann aber vorher testen, ja. Dann Liste der letzten Dateien umfasst 30 Dateien bei mir. Das ist zum Beispiel das Häuschen. Das müssten 30 Dateien sein, wenn man es jetzt durchzählt. Oder hier letzte Dateien öffnen. Das müssten auch 30 Dateien sein, wenn dieser Dialog stimmt. Jetzt gehen wir da nochmal rein. Nee, auf die 6 muss ich gehen. So, jetzt haben wir hier alles besprochen. Das sind ja im Grunde alles Dinge, die selbsterklärend sind. Ihr habt auch immer auch diese Hilfetexte, ja, die hier aufpoppen und dann müsst ihr diese wahrscheinlich öfter mal aufmachen, damit ihr das überhaupt lesen könnt. Jetzt gehen wir nochmal in die Camera Raw-Voreinstellung. Alle Einstellungen, die ihr hier seht. Achso, das ist der witzige Bug. Seht ihr das? Das geht nicht mehr weg, ja. Also wenn ihr diesen Dialog öffnet, während ihr diesen Tooltip hier habt, dann geht der nicht mehr weg. Das heißt, ihr müsst jetzt warten, bis der weg ist, da schnell draufklicken, ja, und dann habt ihr diesen nervigen Tooltip nicht mehr. Das sind alles komplett zu 100% Voreinstellungen, die ihr in Lightroom vornehmt normalerweise, wenn ihr mit Lightroom arbeitet, oder die ihr jetzt in Camera Raw-Filter selber auch vornehmen könnt. Ja, deswegen macht das eigentlich keinen großen Sinn, wenn ich hier jetzt darauf eingehe, weil das ist eigentlich ein komplett anderes Thema. Ich müsste jetzt erstmal gucken, ob es hier irgendwas gibt, was Photoshop berührt. Nee, sehe ich jetzt nicht. Nee, das sind alles Sachen, die mit Photoshop eigentlich nichts zu tun haben. Deswegen lasse ich die jetzt einfach mal raus. Und die habe ich ja wahrscheinlich sowieso mal in meinen Lightroom-Tutorials besprochen. Da müsst ihr mal gucken, die sind auch schon älter. Da gibt es so Lightroom im Detail. Das müsste so eins der ersten Videos sein. Da habe ich das mit Sicherheit besprochen, weil das ist eine ganz wichtige Geschichte in Lightroom, dass man solche Einstellungen vornimmt, ja. Die werden, wenn ihr die hier verändert, dann werden die auch in Lightroom verändert und andersrum, ja. Weil, wie gesagt, der Camera Raw-Filter, der liegt quasi in der Mitte, ja. Das ist quasi so eine Art Zentrum, wo eure Raw-Dateien verarbeitet werden. Und das spielt dann auch keine Rolle, wo der auftaucht, der Filter. Ob jetzt in Lightroom oder Solo oder in Photoshop oder so. Die beziehen sich dann immer auf die gleichen Einstellungen. Die kann man halt hier machen, ja. So, dann hoffe ich, dass ich euch geholfen habe. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr schnell geredet habe, weil ich irgendwie im Stress war. Weil ich dachte, das ist aber irgendwie kompliziert heute, ja. Ich dachte, vielleicht ist es jetzt doch nicht so kompliziert gewesen. Aber, wie gesagt, wenn euch irgendwas fehlt, das nicht genau genug war oder ich zu schnell geredet habe, dann schreibt mir das in die Kommentare. Euer Armin Staut.